Hi, Chrome bekommt sicherlich bald ein neues Update. Es gibt ein ganz interessantes Feature, das aktuell getestet wird intern und ihr könnt das jetzt schon aktivieren. Dabei geht es darum, dass euch Antworten auf Fragen praktisch schon gegeben werden, während ihr sie noch eintippt. Dafür müsst ihr einfach nur in den Chrome-Browser gehen, gebt oben Chrome-doppelpunkt-slash-slash-flags ein. Aber wir machen jetzt erstmal einen Test dessen, wie es ohne diese Aktivierung aussieht. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal eine ganz banale Frage. Wie alt ist die Erde? Nichts passiert, wir haben hier keine Antwort, die uns direkt gegeben wird. Wir müssen jetzt erst aktivieren, bitte mal klicken und danach der Antwort suchen. Wenn ihr jetzt folgenden Schritt getan habt, ihr gebt Chrome-Flags oben ein. Jetzt suchen wir hier mal auf der Seite nach Answers in Suggest. Das ist der Flag, beziehungsweise das ist der Bereich, den wir hier finden müssen. Dann müssen wir den hier einfach nur aktivieren. Jetzt schließen wir den Browser nochmal, gehen wieder rein. So, jetzt stellen wir die gleiche Frage mal nochmal. Wie alt ist die Erde? Und jetzt habe ich bereits eine Antwort hier. Das ist immer noch relativ banal natürlich, aber wie wir Google kennen, entwickelt sich sowas unglaublich schnell und der Fundus an möglichen Antworten wird sicherlich jetzt sehr schnell steigen, sodass wir relativ bald dann schon während wir Fragen noch eintippen, Antworten erhalten. Wie gesagt, nur ein Anfang, aber das wird sicherlich nicht mehr lange dauern. Das war's auch schon. Das war's auch schon.